Herzlich willkommen zu meiner Videoserie. Ich bin dabei, Prüfungsstoff und Prüfungsfragen aufzubereiten in Frage- und Antwortform. Klicken Sie unter dem Video auf den Link. Dort finden Sie wertvolle Lernhilfen für Ihre Vorbereitung. Die Frage ist eine Frage aus dem Bereich Organisation, genauer gesagt aus der Aufbauorganisation. Wir unterscheiden ja Aufbau- und Ablauforganisation und zwar werden wir aufgefordert, drei Merkmale von Stäben zu nennen. Antwort, Stäbe sind, erstes Merkmal, Entscheidungsvorbereiter, aber keine Entscheider. Zweites Merkmal, sie sind einer Instanz, also einer leitenden Stelle zugeordnet. Sehr oft ist diese leitende Stelle die Geschäftsführung. Und drittes Merkmal, in einem Stab haben wir in der Regel hohe Fachkompetenz, denn sie sollen ja Entscheidungen kompetent vorbereiten und brauchen dafür entsprechende Fachkompetenz. Also Rechtsabteilung zum Beispiel ist eine typische Stabstelle, wo dann ausgebildete Juristen sitzen, die einen Sachverhalt beurteilen und zur Entscheidung vorbereiten. Also hohe Fachkompetenz. Das war's. Klicken Sie unter dem Video auf www.spaßleindenk-shop.de. Machen Sie es, damit Sie mir nachher nicht eine Mail schicken müssen, hätte ich sie doch früher entdeckt. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Mein Name ist Dr. Marius Ebert. Seit mehr als 25 Jahren lernen Menschen durch meine Methode leichter und bestehen ihre Prüfung sicher. Meine Methode funktioniert schnell und sicher. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, dann klicken Sie bitte auf den Link unter diesem Video.